das hundeorakel geschrieben von jilbert keith chesterton gesprochen von bernd heckeroth ja sagte pater brown ich habe hunde sehr gern aber nur außerhalb des gottes hauses gewandte sprecher sind nicht immer gewandte zuhörer gerade die geistreichen leute erweisen sich bisweilen als begriffsstutzig pater browns freund und besucher war ein junger mann namens finis ein enthusiast mit temperamentvollen blauen augen sein blondes haar machte den eindruck als sei es nicht mit der haarbürste sondern vom gegenwind des lebens das er durchraste zurückgestrichen er unterbrach seinen redestrom von ideen und geschichten und schwieg einen augenblick verdutzt bis er die sehr einfachen worte des priesters verstand sie meinen solange man sie nicht anbetet sagte er ja aber ich weiß nicht es sind doch wunderbare geschöpfe manchmal habe ich die empfindung dass sie bedeutend mehr wissen als unter einer pater brown erwiderte nichts er streichelte weiter halb unbewusst den großen schäferhund den kopf was dem tier offenbar wohltat zufällig setzte finis mit steigender wärme seinen monolog fort spielt auch in der sache in der ich mir heute bei ihnen rat holen möchte ein hund eine gewisse rolle ich meine den fall des unsichtbaren mörders wie man ihn nennt die geschichte ist gewiss sonderbar am aller sonderbarsten aber kommt mir der hund vor natürlich bleibt auch das verbrechen an sich höchst merkwürdig wie konnte der alte jules von einem anderen menschen ermordet werden während er doch ganz allein in der laube saß die hand die den hund streichelte unterbrach auf einen augenblick die rhythmische bewegung und pater brown fragte ruhig ach es war also eine laube haben sie denn den fall nicht in den zeitungen verfolgt erwiderte finis warten sie mal ich glaube ich habe da einen ausschnitt bei mir aus dem sie alle einzelheiten ersehen können er zog ein stückchen zeitung aus der tasche und gab es dem priester der es dicht an die blinzelnden augen hielt und anfing zu lesen mit der anderen hand lieb koste er mechanisch den hund weiter das verkörperte gleichnis vom manne dessen rechte hand nicht weiß was die linke tut viele detektivgeschichten von menschen die hinter verschlossenen türen und fenstern ermordet wurden und deren mörder entkamen ohne eine tür zu benutzen sind im laufe der außergewöhnlichen vorfälle in cranston an der küste von yorkshire zur wirklichkeit geworden dort wurde oberst ruth erstochen aufgefunden er war von rückwärts mit einem dolche durchbohrt worden das mordwerkzeug ist vom tatort ja überhaupt aus der nächsten umgebung verschwunden die laube in der der ermordete starb war allerdings von einer seite aus zugänglich nämlich durch die gewöhnliche tür die zum mittelweg des gartens und zum hause offen stand durch eine merkwürdige verkettung von zufällen standen jedoch sowohl weg als eingang während der kritischen zeit unter genauer beobachtung und es ist eine reihe von zeugen da deren aussagen sich gegenseitig stützen die laube steht am äußersten ende des gartens der an dieser stelle keinerlei ein oder ausgang besitzt der mittelweg des gartens läuft zwischen zwei reihen hohen rittersporn der so eng gepflanzt ist dass jeder schritt vom wege ab eine spur hinterlassen müsste weg und blumen führen bis dicht an die laube es würde auffallen wenn jemand vom geraden fahrt abweichen wollte ein anderer zugang ist aber nicht vorhanden patrick freud der sekretär des ermordeten bezeugt dass er sich in einer lage befand von der aus den ganzen garten übersehen konnte und zwar von dem augenblick an wo der oberst zuletzt lebend in der tür stand bis zu der zeit wo er tot aufgefunden wurde freud war nämlich oben auf einer leiter und stutzte die gartenhecke diese aussage wird von janet druse der tochter des verstorbenen bestätigt sie saß während der ganzen zeit auf der terrasse vor dem haus und sah floyd arbeiten auch dies wird wenigstens für einen teil der zeit von donald rus dem bruder der jungen dame beglaubigt der vom fenster seines schlafzimmers aus wo er im schlafrock stand denn er war sehr spät aufgewacht den garten übersehen konnte endlich passen die angaben zu der aussage eines nachbars des dr valentine der zu besuch kam und sich einige zeit mit fräulein dus auf der terrasse unterhielt und zu der des familienanwalts albry trail der vermutlich als letzter den ermordeten am leben gesehen hat offenbar mit ausnahme des mörders alle stimmten darin überein dass die vorgänger sich folgendermaßen abspielten um halb vier uhr nachmittags ging fräulein dus den gartenweg hinunter und fragte ihren vater für wieviel uhr sie den tee bestellen sollte er lehnte jedoch ab er wollte auf seinen rechtsanwalt trail warten den man ihm in die laube schicken sollte sobald er käme die junge dame ging zur terrasse zurück und traf unterwegs trail den sie in die laube wies wo er auch hinging nach einer halben stunde kam er wieder heraus der oberst begleitete ihn bis zur tür der laube und war augenscheinlich in bester verfassung und sogar glänzender laune etwas früher hatte er sich über die nachtschwärmereien seines sohnes geärgert aber seine gute laune jedenfalls in ganz normalerweise wiedergefunden denn er hatte mehrere andere besucher auffallend herzlich empfangen darunter seine beiden neffen die auf einen tag herausgekommen waren da die beiden letztgenannten jedoch während der ganzen zeit der missetat auf einem spaziergang abwesend waren konnten sie nicht aussagen wie man sagt stand zwar der oberst nicht zum besten dr valentine aber der arzt hatte nur eine kurze unterredung mit der tochter des hauses auf die er wie man annimmt ernste absichten hat der rechtsanwalt trail sagt aus dass der oberst allein in der laube zurückblieb und dies wird durch floyd bestätigt der den garten aus der vogelschau überblickte da er niemand durch den einzigen eingang eintreten sah zehn minuten später ging fräulein druth wieder durch den garten bevor sie am ende des weges angekommen war sah sie ihren vater auf der erde liegen er fiel ihr durch seinen weißen hausrock schon von weitem auf sie stieß einen schrei aus der die anderen herbeilockte als man die laube betrat fand man den oberst tot neben seinem korbsessel liegen der ebenfalls umgefallen war wie dr valentine der sich noch in der nähe befand feststellte rührte die wunde von einer art stilett her das unterhalb des schulterblattes eingedrungen war und das herz durchspurt hatte die polizei hat den tatort und die umgebung nach einer solchen waffe durchsucht ohne eine spur davon zu finden also einen weißen rock hatte der oberst an wie sagte pater braun und legte die zeitung hin das war so seine gewohnheit von den tropen her antwortete finis erstaunt wie er selbst erzählte muss er doch die merkwürdigsten dinge erlebt haben und wahrscheinlich war ihm dr valentine so unsympathisch weil er auch von den tropen her kam aber die ganze sache ist ein verdammtes rätsel was da in der zeitung steht stimmt ziemlich genau erlebt habe ich die tragödie nicht denn ich war nicht dabei wie sie ihn fanden weil ich gerade mit den beiden jungen neffen und dem hund spazieren war eben dem hund von dem ich erzählen wollte aber ich habe den schauplatz der tat gesehen wie er hier beschrieben steht den geraden pfad zwischen den blauen blumen bis hinauf zu dem dunklen eingang den rechtsanwalt mit seinem schwarzen anzug und zylinder wie er ihnen entlang ging und den roten kopf des sekretärs gerade über der grünen hecke an der er mit seiner gartenschere herumarbeitete dieser rote kopf war auf keine entfernung hin zu verkennen und wenn die zeugen sagen dass sie ihn die ganze zeit über gesehen haben stimmt das sicher der rothaarige sekretär floyd ist überhaupt ein original ein unruhiger geist der immer anderen leuten die arbeit abnimmt wie damals dem gärtner ich glaube er ist amerikaner jedenfalls hat er den amerikanischen gesichtspunkt wie sie drüben sagen und der rechtsanwalt fragte pater brown nach kurzem schweigen sagte finis ungewöhnlich langsam von trail hatte ich einen merkwürdigen eindruck in seinem vornehmen schwarzen anzug sah er fast aus wie ein stutzer aber doch nicht modisch oder elegant denn er trug einen langen vollen schwarzen backenbart wie man ihn seit 30 jahren kaum mehr zu sehen bekommt er hatte ein vornehmes ernstes gesicht und ein vornehmes ernstes wesen aber manchmal schien ihm einzufallen dass er lächeln müsste und wenn er dann seine weißen zähne zeigte schien er etwas an würdus einzubüßen ja er bekam sogar etwas kriecherisches vielleicht war es auch nur verlegenheit denn er spielte auch gern mit seinem schlips und seiner krawatten nadel die ebenso schön und ungewöhnlich waren wie er selbst wenn es irgendjemand gewesen sein könnte aber was soll das alles es ist doch ausgeschlossen kein mensch weiß wer es getan hat niemand weiß wie es überhaupt geschehen konnte das heißt mit einer ausnahme die ich eben doch machen möchte und deshalb erzähle ich es gerade der hund weiß es pater brown seufzte und sagte zerstreut sie waren zum jungen donald zu besuch gekommen nicht wahr er hat sie doch auf dem spaziergang nicht begleitet nein lächelte finis der schlingel war am morgen zu bett gegangen und am nachmittag aufgestanden ich habe seine vettern begleitet zwei junge offiziere aus indien und wir haben uns über höchst alltägliche dinge unterhalten der ältere der wenn ich nicht irre herbert druth heißt gilt für einen hervorragenden pferdezüchter er redet in einem fort von einer stute die er gekauft hatte und dem lumpen von einem verkäufer sein bruder harry war schlechter laune weil er in monte carlo viel geld verspült hatte ich erwähne das nur wegen der dinge die sich auf unserem spaziergang ereigneten um ihnen zu beweisen dass unsere telepathie ganz fern lag von uns vieren war der hund der einzige hellseher was für eine rasse fragte der priester so einer wie der da erwiderte finis dadurch bin ich auf die geschichte gekommen weil sie wie sie sagen nicht glauben dass man an einen hund glauben soll der hund war ein großer deutscher schäferhund und hörte auf den namen nox ein sehr passender name übrigens denn mir scheint das was er anstellte viel dunkler und geheimnisvoller als der mord nox ist lateinisch und bedeutet nacht sie müssen wissen dass das haus und der garten des obersten am meer liegen wir gingen etwa anderthalb kilometer weit fort und längs des strandes zurück wir kamen an einem merkwürdigen felsen vorüber dem schicksals felsen er ist in der gegend sehr berühmt weil wie das manchmal so vorkommt zwei steine so aufeinander ausbalanciert sind dass ein stoß genügen würde um den oberen herunter zu werfen wirklich hoch ist er nicht aber durch seine sonderbare form wirkt er ziemlich wild und schaurig mir wenigstens kam er so vor denn die beiden jungen kerle zeigten wenig sinn für das romantische vielleicht hatte ich auch schon ahnungen eben wurde die frage aufgeworfen ob es zeit sei zur vesper zurück zu gehen und ich hatte so ein gefühl als ob es sehr auf die zeit ankäme herbert und ich hatten beide keine uhr mit wir riefen also seinen bruder an der ein wenig zurückgeblieben war um sich an einer windgeschützten stelle bei der hecke seine pfeife anzuzünden dabei kam es dass er die zeit nämlich zwanzig nach vier mit seiner dröhnenden stimme laut durch die dämmerung rülte es klang so laut dass es wie die verkündung einer ungeheuer wichtigen epoche wirkte besonders weil er so ahnungslos war mit vorzeichen ist das immer so und gewisse augenblicke waren ja an dem nachmittag bedeutungsvoll nach dr valentines aussage starb der arme duos wirklich kurz vor halb fünf na die jungs sagten wir hätten noch zehn minuten zeit wir gingen also am strand weiter ohne was besonderes zu tun wir warfen steine für den hund und schleuderten stöcke ins meer die er apportieren sollte mir schien aber die dämmerung immer drückender zu werden selbst der schatten des schicksalsfelsen lag wie eine last auf mir und da geschah das merkwürdige nox hatte gerade herberts spazierstock aus dem wasser apportiert und sein bruder warf nun auch seinen hinein der hund schwamm ins meer hinaus aber auf einmal es muss genau um schlag halb vier uhr gewesen sein hörte er auf zu schwimmen er kehrte an den strand zurück und blieb vor uns stehen dann warf er plötzlich den kopf zurück und stieß ein geheul aus ein klagendes wehgeheul wie ich es nur je im leben gehört habe was zum teufel hat der hund fragte herbert aber keiner von uns wußte eine antwort das heulen und winseln der bestie erstarb auf dem verlassenen ufer der see dann herrschte ein langes schweigen das plötzlich unterbrochen wurde unterbrochen so war ich lebe durch den schwachen schrei einer frau der von weit her aus dem inneren jenseits der hecke zu kommen schien damals wußten wir noch nicht was es zu bedeuten hatte aber später erfuhren wir es es war der schrei den das mädchen ausstieß als sie den leichnam ihres vaters fand nun kehrten sie wohl um nicht wahr fragte pater braun geduldig und was geschah weiter ich will ihnen sagen was weiter geschah sagte finis mit finsteren nachdruck als wir in den garten kamen war das erste was wir erblickten der rechtsanwalt twail ich sehe ihn noch jetzt vor mir mit seinem schwarzen hut und schwarzen backenbart die sich gegen den hintergrund von blauen blumen die laube den sonnenuntergang und den schicksalsfelsen in der fahne abhob sein gesicht und seine gestalt waren im schatten aber ich könnte einen eid leisten dass man seine zähne sah und dass er lächelte kaum hatte nox den menschen erblickt so raste er nach vorn blieb mitten auf dem weg stehen und bellte ihn wie besessen an er heulte mörderisch aus seiner hundekehle brachen flüche die mit ihrem deutlichen ausdruck von hass fast menschlich wirkten der mann kroch in sich zusammen und flüchtete zwischen den blumen den weg hinauf pater braun sprang mit erstaunlicher ungeduld von seinem sitz auf der hund hat ihn also angeklagt nicht wahr rief er aus das hundeorakel hat ihn verurteilt haben sie sich auch um den vogelflug gekümmert und ob die vögel rechts oder links vorbeizogen haben sie die auguren um opfer befragt hoffentlich haben sie nicht unterlassen den hund aufzuschneiden und die eingeweide zu beschauen auf diese art von wissenschaftlicher probe scheint ihr aufgeklärten heiden euch zu verlassen wenn es sich darum handelt einem mann leben und ehre abzuschneiden finis sah einen augenblick mit offenem munde da bevor er die worte herausbrachte ja was haben sie denn was habe ich denn getan in die augen des priesters stahl sich ein ausdruck von besorgnis die besorgnis des mannes der im dunkeln an einen pfosten angerannt ist und sich einen augenblick lang fragt ob er keinen unheil angerichtet hat ich bedauere unendlich sagte er voll aufrichtiger betrübnis ich bitte um entschuldigung wegen meiner unhöflichkeit verzeihen sie finis sah ihn neugierig an manchmal kommen sie mir geheimnisvoller vor als alle geheimnisse sagte er aber wenn sie an das geheimnis vom hund nicht glauben wollen über das geheimnis vom menschen kommen sie nicht hinweg sie können doch nicht leugnen dass im gleichen augenblick wo das tier aus dem wasser kam und brüllte die seele seines herrn aus ihrem leib getrieben wurde durch den stoß einer unsichtbaren kraft die kein sterblicher auffinden oder sich auch nur vorstellen kann und was den rechtsanwalt betrifft ich halte mich nicht nur an den hund da gibt es noch andere sonderbare einzelheiten mir machte er den eindruck eines glatten lächelnden doppelzüngigen menschen und eine seiner angewohnheiten kam mir förmlich wie ein anlasspunkt vor wie sie wissen waren arzt und polizei sehr bald zur stelle valentine wurde eingeholt als er von zu hause wegging und er telefonierte sofort dieser umstand und dazu die abgeschlossenheit des hauses die kleine anzahl von personen und der begrenzte raum haben es sozusagen möglich gemacht jeden genau zu durchsuchen der in der nähe war und es wurde auch jeder durchsucht nach einer waffe das ganze haus der garten und der strand wurden aufs genaueste nach einer waffe abgesucht dass der dolch so einfach verschwinden konnte ist fast ebenso widersinnig wie dass der mörder verschwand dass der dolch verschwand pater braun nickte erschienen plötzlich aufmerksam zu werden nun passen sie auf fuhr finis fort ich habe ihnen schon gesagt dass dieser trail die gewohnheit hatte fortwährend an seinem schlips und an der krawatten nadel herum zu basteln besonders an der nadel sein nadel war gleichzeitig auffallend prächtig und altmodisch genau wie er selbst sie bestand aus einem stein mit konzentrischen farbigen kreisen die wie ein auge aussahen und je mehr er sich damit befasste desto mehr fiel sie mir auf die nerven gerade als wäre er ein cyklop mit einem einzigen auge mitten im körper aber die nadel war nicht nur groß sondern auch lang und mir fiel ein dass der sich vielleicht so große mühe gab sie richtig zu stecken weil sie noch länger war als sie aussah so lang wie ein stilett mit einem wort pater braun nickte nachdenklich wurde noch von einer anderen waffe gesprochen fragte er ja erwiderte finis einer der beiden jungen jews ich meine die vetter hatten noch eine idee weder herbert noch harry machten zuerst den eindruck als ob sie für detektivarbeit in frage kämen aber während herbert genau dem althergebrachten typus des schweren dragoners entspricht und in der garde eine gute figur macht gehörte sein jüngerer bruder seinerzeit der indischen polizei an und wußte in diesen dingen bescheid auf seine art war er sogar nicht einmal dumm mir kommt es fast vor dass er zu gescheit war und abgesägt wurde weil er sich nicht um den amtsschimmel kümmert und auf seine eigene verantwortung handelte jedenfalls war er sozusagen ein detektiv ohne stellung und warf sich mit mehr als dilettanten eifer auf den fall mit ihm hatte ich auch die debatte über die waffe und die debatte brachte uns auf eine neue idee es fing damit an daß er meine beschreibung von der art und weise wie der hund auf trail losgegangen war in abrede stellte er sagte daß ein hund wenn er ganz gefährlich sei nie bälle sondern knurre damit hatte er völlig recht bemerkte der priester ferner sagte er wenn es darauf ankäme hätte er noch schon andere leute anknurren gehört zum beispiel den sekretär floyd ich gab zur antwort dass sein einwurf sich selbst erledige zwei oder drei leute konnten das verbrechen nicht begangen haben am wenigsten floyd der so unschuldig war wie ein wilder schuljunge und allen sichtbar über der hecke saß und mit seinem roten schopf so auffallend aussah wie ein scharlachroter kakadu ja leicht ist die sache nicht gab mein kollege mir zur antwort aber kommen sie doch bitte mal mit mir in den garten ich möchte ihnen etwas zeigen was wo noch keiner gesehen hat das war am tage an dem der mord entdeckt wurde und im garten lag noch alles unverändert da die leiter stand bei der hecke und unter die hecke bückte sich mein begleiter und zog aus dem tiefen gras etwas heraus es war die schere mit der die hecke gestutzt worden war an einer spitze klebte blut nach einem kurzen schweigen fragte pater braun plötzlich was macht der rechtsamt dort er sagte uns dass ihn der oberst bestellt hatte weil er sein testament ändern wollte erwiderte finis der oberst war sehr reich und sein testament war wichtig damals wollte uns noch nichts genaues über die änderungen sagen aber ich habe seither erfahren erst heute früh nämlich dass der hauptteil des vermögens dem sohne entzogen und der tochter vermacht wurde ich habe ihnen schon gesagt dass du es auf seinen sohn wütend war weil er so ein flottes leben führte die frage nach dem warum ist bis jetzt durch die frage nach dem wie in den hintergrund gedrängt worden bemerkte pater braun nachdenklich in diesem augenblick hat fräulein drews wie es scheint durch den tod unmittelbar gewonnen um himmels willen sind sie aber ein gemütsmensch rief finis aus und stachte ihn an sie wollen doch damit nicht etwa sagen dass sie wird sie den doktor valentine heiraten fragte der andere was ist das für ein mensch valentine er trägt einen bart sehr blass sehr schön sieht aus wie ein ausländer auch der name klingt nicht gerade englisch aber im ort hat man ihn gern und hält viel von ihm er ist ein geschickter und gewissenhafter chirurg ein so gewissenhafter chirurg sagt pater braun dass er sein besteck mit hatte als er die junge dame zur festbad zeit besuchte er muss doch eine lanzette oder etwas ähnliches benutzt haben und er war in der zwischenzeit nicht zu hause finis sprang auf und sah ihn hitzig vor neugierde an meine sie dass er dieselbe lanzette benutzt hat pater braun schüttelte den kopf alle diese einfälle sind vorläufig und noch ganz fantastisch sagte er die frage lautet nicht wer es getan hat und womit sondern wie es getan wurde wir könnten viele männer finden und viele werkzeuge nadeln und scheren und lanzetten aber wie konnte ein menschen das zimmer gelangen oder auch nur eine nadel während er sprach blickte er nachdenklich auf die decke aber bei den letzten worten wurde sein auge plötzlich munter als hätte er da oben eine merkwürdige fliege erblickt nun wie würden sie jetzt vorgehen fragte der jüngere sie haben so viel erfahrung wozu würden sie mir raten ich fürchte daß ich nicht viel tun kann sagte der priester mit einem seufzer ich kann wenig sagen da ich den ort und die leute so gar nicht kenne für den augenblick können sie nur die lokale nachforschung fortsetzen ich habe sie doch richtig verstanden dass ihr freund der indische polizeibeamte mehr oder weniger die untersuchung leitet ich würde an ihrer stelle hinfahren und sehen was er macht was bei seiner dilettantischen detektivarbeit herausgekommen ist vielleicht gibt es ja schon etwas neues während seine gäste der zweifüßler und der vierfüßler sich entfernten griff pater braun zur fehler und widmete sich wieder seiner unterbrochenen arbeit er war dabei eine vortragsreihe über die enzyklika rerum novarum zu entwerfen das thema war umfassend daher war er nach zwei tagen ähnlich beschäftigt als der große schwarze hund wieder ins zimmer gesprungen kam und sich voll begeisterung und aufregung über ihn warf der herr der nach dem hunde eintrat teilte die aufregung wenn auch nicht die begeisterung er war in weniger angenehmer weise aufgeregt worden die blauen augen traten aus den höhlen und das ausdrucksvolle gesicht war ein wenig bleich sie haben mir gesagt finger unvermittelt und ohne einleitung an ich sollte nachsehen was harry drews macht wissen sie was er gemacht hat der priester antwortete nicht und der junge mann stieß heraus ich würde es ihnen sagen er hat sich umgebracht die lippen des paters bewegten sich ganz leise was er sagte hat mit dieser geschichte und dieser welt nichts zu schaffen manchmal graut mir vor ihnen sagte finis haben sie haben sie das erwartet ich hielt es für möglich sagte pater braun deshalb riet ich ihnen hinzufahren und sich nach ihm umzusehen ich hoffte es würde nicht zu spät sein ich war derginge der infant sagte finis mit belegter stimme es ist die hässlichste und unheimlichste erfahrung meines lebens ich ging wieder durch den alten garten und merkte dass etwas außer dem mord darin neu und ungewöhnlich war die blumen drängten sich noch immer in blauer fülle um den dunklen eingang in die alte graue laube aber sie sahen aus wie blaue dämonen die in der unterwelt vor einer dunklen höhle tanzen ich blickte mich um alles schien an seinem gewohnten ort aber mir drängte sich das sonderbare gefühl auf dass selbst der himmel nicht so aussah wie sonst und dann verstand ich sonst erhob sich der schicksalsfelsen im hintergrund jenseits der hecke und vor dem meer und der schicksalsfelsen war verschwunden pater braun hatte den kopf gehoben und hörte mit gespannte aufmerksamkeit zu es traf mich so als hätte sich ein berg aus der landschaft fortbewegt oder als sei der mond vom himmel gefallen obwohl ich natürlich wußte dass das ding jederzeit bei einer bloßen berührung umkippen konnte wie besessen stürzte ich in windeseile den gartenweg hinunter und drang durch die hecke als wäre es ein spinngewebe es war auch nur eine dünne hecke obwohl sie unberührt und gut gestutzt denselben zweck erfüllt hatte wie eine mauer am strande sah ich dass der felsen von seinem untersatz gefallen war der arme harry drews lag verschmettert darunter einen arm hatte er um den stein geschlungen als er ihn auf sich heruntergezogen die andere hand krampfte sich um einen zettel auf den er die worte geschmiert hatte der schicksalsfelsen begräbt den narren daran war das testament des obersten schuld bemerkte braun der junge mensch hatte alles auf eine karte gesetzt er wollte dadurch profitieren dass donald in ungenade gefallen war besonders als der onkel ihn am selben tage kommen ließ wie den anwalt und ihn mit solcher wärme empfing andernfalls war er unten durch seine anstellung bei der polizei hatte er verloren in monte carlo war er zum bettler geworden und er nahm sich das leben sobald er erfuhr dass er seinen verwandten zwecklos getötet hatte da haben sie die ganze geschichte finis sah ihn verblüfft an ja ja hören sie mal rief er aus woher wissen sie denn das alles schon und woher wissen sie dass es stimmt sie sind die ganze zeit hunderte meilen vom tatort entfernt gewesen und haben an einer predigt geschrieben wollen sie wirklich behaupten dass sie schon alles wissen was passiert ist wenn sie das ende schon kennen wo in aller welt haben sie angefangen wo haben sie den ersten anhaltspunkt her genommen pater brown sprang in ungewohnter aufregung vom sitze sein erster ausruf klang wie eine explosion und der hund rief er der hund sie hatten die erklärung zu der ganzen sache in händen das benehmen des hundes am strande nämlich sie hätten nur richtig auf den hund aufpassen müssen finis erstaunend wuchs aber sie haben mir doch gesagt dass meine meinung über den hund heller blödsinn ist und dass es nichts mit der sache zu tun hat der hund hatte sehr viel damit zu tun erwiderte pater brown und das hätten sie auch bald herausgehabt wenn sie ihn nur wie einen hund behandelt hätten und nicht wie gott der über die seelen der menschen zu gericht sitzt er schwieg einen augenblick verlegen und sagte dann in rührendem entschuldigendem ton ich habe nämlich aufrichtig gesagt hunde furchtbar gern und ich hatte den eindruck dass bei der ganzen geisterhaften gloriole mit der man abergläubischerweise die hunde umgibt kein mensch wirklich an den armen hund dachte um mit einer kleinigkeit anzufangen er bellte den anwalt an und knurrte wenn er den sekretär sah sie fragen wieso ich auf hundert meilen entfernung das alles erraten konnte ehrlich gesprochen ist dies ihr verdienst denn sie haben die leute so meisterhaft beschrieben dass ich die typen sofort erkannte ein mensch wie trail der gewöhnlich die stirn runzt und plötzlich lächelt ein mensch der viel und gern mit gegenständen spielt und sich immer an seinem hals zu schaffen macht ist ein nervöser mensch der leicht in verlegenheit kommt wahrscheinlich ist floyd der tüchtige sekretär auch nervös und schreckhaft gerade die übereifrigen amerikaner sind es oft sonst hätte er sich nicht die finger an der schere geschnitten und sie fallen lassen als er janet jose schreien hörte hunde können aber nervöse und ängstliche leute gar nicht leiden vielleicht weil solche leute den hund auch nervös machen oder weil er doch grausam ist schließlich ist es bloß ein tier oder weil er in seiner hündlichen eitelkeit die ungeheuer ist sich einfach beleidigt fühlt dass man ihn nicht gern hat jedenfalls war weiter nichts dahinter dass der arme nox nichts von den leuten wissen wollte als dass er sie nicht mochte weil sie sich vor ihm fürchteten nun kommen wir aber zu den vorgängen am strande und da fängt die sache erst an richtig interessant zu werden in ihrer darstellung klang alles viel rätselhafter ich konnte nicht begreifen weshalb der hund zuerst ins wasser ging und dann wieder heraus kam sowas sieht einem hund nicht ein bisschen ähnlich wenn nox sich über etwas anderes sehr aufgeregt hätte wäre er vielleicht gar nicht dazu zu bringen gewesen den stock zu abortieren vermutlich hätte er dann dort herum geschnüffelt wo er unheil witterte aber wenn ein hund einmal wirklich hinter einer sache her ist ob es nun ein stock oder ein stein oder ein hase ist wird er meiner erfahrung nach nicht davon ablassen wenn es ihm nicht auf entschiedenste befohlen wird und auch dann nicht immer dass er aus einer laune umgekehrt sei scheint mir undenkbar er ist aber doch umgekehrt beharrte finis und ohne den stock wiedergekommen ohne den stock wiedergekommen ist er aus dem stichhaltigsten grund von der welt erwiderte der priester er ist wiedergekommen weil er ihn nicht finden konnte er hat geheult weil er ihn nicht finden konnte über so etwas heult ein hund nämlich wirklich ein hund hält sich streng an die regel er legt ebenso viel gewicht auf den genauen verlauf eines spieles wie ein kind auf die genaue wiederholung eines märchens in diesem fall war etwas an dem spiel nicht in ordnung er kam wieder um sich ernstlich über das benehmen des stockes zu beschweren so etwas war noch nie da gewesen noch nie war ein bedeutender und prominenter hund so von einem scheußlichen spazierstock behandelt worden ja was hatte denn der spazierstock angestellt fragte der junge mann er war untergegangen sagte pater brown finis sagte nichts sondern sah weiter verblüfft den priester an der fortfuhr er war untergegangen weil es kein wirklicher stock war sondern eine stahlklinge mit äußerst dünnem bambusüberzug und scharfer spitze mit anderen worten ein stockdegen es ist wohl noch niemals ein mörder auf so sonderbare und doch natürliche weise eine blutige waffe losgeworden wie dieser der sie in einem schäferhund zum apportieren ins wasser warf ich fange an zu verstehen gab finis zu aber selbst wenn ein stockdegen benutzt wurde habe ich doch keine ahnung wie ich hatte eine ahnung sagte pater brown gleich anfangs als sie von einer laube sprachen und dann wieder als sie erwähnten dass du einen weißen rock trug solange alle auf der suche nach einem kurzen dolch waren fiel es niemand ein aber so wie wir an eine lange klinge wie bei einem festlegen denken ist es nicht mehr so unmöglich er lehnte sich zurück richtete den blick zur decke und fing an seine ersten gedanken und voraussetzungen zu rekonstruieren das ganze gerede über detektivgeschichten wie das gelbe zimmer wo ein toter in versiegelten stuben aufgefunden wird in die niemand eindringen konnte lässt sich auf den vorliegenden fall gar nicht anwenden denn es handelt sich um eine laube wenn wir von einem gelben zimmer oder irgendeinem zimmer sprechen setzen wir wände voraus die wirklich homogen und undurchdringlich sind aber eine laube sieht gar nicht so aus oft und auch in diesem falle besteht sie aus dicht geflochtenen aber doch getrennten zweigen und holzstäben die hier und da löscher aufweisen ein solches loch befand sich gerade hinter dem rücken des obersten als er in seinem sessel an der rückwand der laube saß und wie das zimmer eine laube so war auch der sessel ein korbsessel ein geflecht mit lauter kleinen löchern und endlich stand die laube an der hecke eben haben sie mir erzählt dass es in wirklichkeit eine dünne hecke war jemand der draußen stand konnte durch das netz von ästen zweigen und rohr einen weißen fleck vom rock des obersten so deutlich sehen wie eine schießscheibe ihre geografischen angaben waren nicht sehr genau aber ich war doch im bilde wie sie sagten war der schicksalsfelsen nicht sehr hoch aber sie sagten auch dass er den garten wie ein berggipfel beherrschte mit anderen worten er war gar nicht so weit vom ende des gartens entfernt obwohl ihr spaziergang sie auf einen großen umweg hingeführt hatte wahrscheinlich hat auch die junge dame nicht so gebrüllt dass man es eine halbe meile weit hören konnte sie hat einen gewöhnlichen unwillkürlichen schrei ausgestoßen und doch haben sie ihn am strande gehört und was die anderen interessanten dinge betrifft die sie mir erzählten so darf ich sie vielleicht an ihre bemerkung erinnern dass harry drews zurückgeblieben war um sich im schutze der hecke die pfeife anzuzünden finis schauderte sie meinen dass er dort den degen gezogen und nach dem weißen fleck durch die hecke gestochen hat aber das war doch sicher eine sonderbare gelegenheit und ein sehr plötzlicher entschluss außerdem konnte er doch gar nicht sicher wissen dass der alte ihm sein geld vermacht hatte und faktisch war es ja auch noch gar nicht der fall barter browns gesicht belebte sich sie verstehen seinen charakter falsch sagte er ganz als ob er den menschen seinen lebtag gekannt hätte ein merkwürdiger aber nicht unbekannter typ wenn er sicher gewusst hätte dass er das geld erben würde hätte er es nicht getan davon bin ich überzeugt es wäre ihm dann als die schockerei erschienen die es ist ist das nicht etwas paradox fragte der andere der mensch war eine spieler natur sagte der priester er war mit schimpf und schande davon gejagt worden weil er zu viel gewagt hatte und den weisungen zuvor gekommen war wahrscheinlich handelte es sich um eine recht skrupellose angelegenheit denn jede imperialistische polizei hat mehr ähnlichkeit mit der russischen geheimpolizei als wir gern glauben möchten er war aber zu weit gegangen und hatte verspielt diese art mensch fühlt immer die versuchung eine verrückte hand umzubegehen weil die gefahr nachher so großartig aussieht er sehnt sich danach sagen zu können außer mir hätte kein mensch die gelegenheit ergriffen und gewusst jetzt oder nie was war das doch für ein wildes und wunderbares rätselraten wie klug habe ich mir auf die verschiedenen umstände meinen reim gemacht donald in ungenade der alte schickt nach dem anwalt gleichzeitig lässt man mich und herbert holen und dann nichts weiter als dass mich der alte anfeigst und mir fest die hand drückt jeder würde sagen dass ich verrückt war es zu riskieren aber so werden vermögen gewonnen immer von dem einen der verrückt genug ist ein klein wenig weitblick zu haben kurz und gut es handelt sich um die eitelkeit des rätselraters um den größen wahren des spielers je unwahrscheinlicher das zusammentreffen je drängender die entscheidung desto mehr beeilt er sich zuzugreifen der zufall ja die alltäglichkeit des weißen flecks und das loch in der hecke brauschten ihn als hätte man ihm alle schätze der welt gezeigt wer konnte so klug sein die verbindung von zufällen zu bemerken und so feige sie nicht zu nutzen auf diese weise lockt der teufel den spieler aber selbst der teufel hätte den unglücklichen nicht dazu vermocht nach einer langweiligen überlegung hinzufahren und einen alten abonkel umzubringen das wäre ihm zu bürgerlich gewesen finis war in gedanken verloren er schien sich an den weniger handgreiflichen teil des falles zu erinnern es bleibt doch sonderbar sagte er dass der hund nun doch etwas mit der geschichte zu tun hatte der hund hätte ihnen beinahe die ganze geschichte erzählen können wenn er nur sprechen könnte sagte der priester ich beklage mich nur darüber dass sie weil er nicht sprechen kann eine geschichte für ihn erfanden und ihn mit menschen und engelszonen reden ließen ich habe das schon oft in unserer zeit beobachtet man findet es in allen möglichen zeitungsgerüchten und schlagworten der unterhaltung man erkennt es an obwohl es willkür ist die leute lassen sich das und jenes vormachen ohne es zu prüfen es schwemmt den alten rationalismus und skeptizismus fort es flutet herein wie die see und sein name ist aberglaube er stand plötzlich auf und runzelte die stirn dann fuhr er fort zu sprechen als wäre er allein als erste folge davon dass ihr nicht an gott glaubt verliert ihr euren gesunden menschenverstand und seht die dinge nicht mehr wie sie sind man mag reden wovon man will wenn man nur sagt dass da sehr viel dahinter steckt streckt es sich immer weiter wie eine fernsicht in einem fiebertraum dann ist der hund ein omen und die katze ein rätsel und der käfer ein skarabeus und man ruft die ganze menagerie des polytheismus aus ägypten und dem alten indien zu hilfe anubis mit dem hundekopf und pascht mit den grünen augen und die heiligen brüllenden stiere von baschern taumelt zu den tiergöttern der ersten anfänge und rettet sich zu elefanten und schlangen und krokodilen und das alles weil ihr euch vor drei worten fürchtet homo factus est der junge mann stand etwas verlegen auf als hätte er ein selbstgespräch belauscht er rief seinen hund und verließ das zimmer mit undeutlichen aber herzlichen abschiedsworten er musste jedoch zweimal rufen denn der hund stand einen augenblick unbeweglich da und sah unverwandt zu pater brown empor wie der wolf zu st franciscus er ist er 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 er